So, probieren wir es gleich nochmal. Aber hier gibt es auch kein besseres Versteck. Da sind zwei, da oben sind zwei. Okay, jetzt kommen sie rüber. Müssen wir irgendwie... So. Das ist natürlich jetzt extrem schlecht hier mit dem Fass. Ich weiß nicht, ob ich es nicht weiß. Nein. Wo sind die denn jetzt, die Spaßvögel? Da hinten kann keiner hoch, oder? Doch. Da hinten steht einer. Da steht einer. Ah, da kommt der andere hoch, okay. Böser Bube. Dreh dich mal rum, du Knetkopf. Okay. Wenn ich die natürlich mit einem Wurf hier ausschalten könnte, wäre das überragend. Das ist aber nur noch die da drüben. Oh, Mann. Warum? Wann kommt denn der her? Oh, 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 oh. Geh doch mal aus dem Weg, Mann, du Knetkopf. Ja, super. Geh mal aus dem Sichtfeld. Das war doch eben nicht so viel. So. Oh, ich treff ja gar nix. Oh, shit. Oh. Der Scharfschütze geht mir immer voll auf die Nüsse. Ah, shit. Was ist denn das? Shit! Wo ist denn dieser beschissene Scharfschütze jetzt wieder? Du stehst da voll im Feld, Junge. Alter. Alter. Och, shit. Boah, die kommen ja von allen Seiten, ey. Das ist ja total zum Kotzen. Okay, das müssen wir anders angehen. Das müssen wir irgendwie anders angehen. Ähm... Das machen wir jetzt erst mal den Scharfschütze da drüben. Karl, der geht mir nämlich voll auf die Nüsse. So. Das macht ein Spaß. Der hätten wir. Raus. Das ist schon wieder ein Scharfschütze. Da ist ein Scharfschütze. So. Der hat's hinter sich. Der hat ja gar nix. Was ist denn mit dir? Er schießt ihn doch. Boah, Alter. Nein, 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 nein. Oh, shit, da konnte ich nicht mehr weg. Ach. Boah, die kommen von allen Seiten. Wie soll man denn da rankommen, ey? Wie soll das denn? Wie soll das denn sein? Was soll das denn sein? Wie soll das denn sein? Gott, den haben wir auch. Das ist shit hier, der Platz ist echt shit. Wäre ich da hoch, wenn ich da hochkomme. Ja, toll. Boah, da muss man erstmal wieder richtig irgendwo was finden, wo wir hier, ähm... ...warte mal, wenn ich da mal rübergehe. Läuft da noch irgendwo einer rum? Ne, ne? Ja, das ist nur er hier. Was ich bräuchte. Was ist das? Das ist halt auch saublöd, dass die Deckung nicht hebt, ne? Komm, geht doch mal da hoch, da jemand. Boah. Jetzt aber. So, den haben wir auch. Wenn da jetzt noch ein paar Boys kommen, glaube ich, das Ding da drüben in die Luft. Jetzt kommen sie von hinten, oder? Boah. 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 Boah, boah, boah. Die Gumme hier. Die sieht gut aus. Boah. Ha, 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 ha. So. Noch einer ohne. Ich laufe natürlich voll rein. Ich hält. Oh, schon wieder. Wo sind die Jungs jetzt noch? Viel können sie ja nicht mehr sein. Oh, ne, die will ich, die will ich. Die ist cool. Ah, da ist noch einer. Passt auf, Freunde. Hallo, Boah. Boah, ha, 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 ha. So, sonst noch jemand ohne. Wow. Es wurde jetzt aber auch Zeit. So, jetzt brauchen wir erstmal noch wieder eine andere Wumme. Weil die hier ist ziemlich bescheiden, glaube ich. Obwohl, hier gibt es doch Munition. Nehmen wir es halt mal mit. Okay. Jetzt haben wir hier ewig rumgespielt, ey. Fast eine Viertelstunde, bis wir die Typen mal erledigt bekommen haben. So, und jetzt mal vielleicht die Türke runterlassen. Zack. Ähm. So, hier lang. Hier lang. AK-47 nehmen wir uns später mit. Und hier rein. Auf geht's. Meinen. Ist der hoch, oder was? Ja, 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 ja. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Wow. Sorry, Schlagloch. Sorry, Schlagloch. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Da ist was dran. Oh, 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 oh. Ich sollte vielleicht immer mal gucken, wo wir da eigentlich hinrufen. Kommt, Jungs. Ab hier wird gelaufen. So. Damanturm. Ah, hier können wir die Winde wieder festmachen. Okay. Oh, 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 oh. Der muss doch total verzifft sein. Ich war nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Ehren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. Genau. So sehe ich das auch. In Ordnung. Einmal um das Bäumchen rum. Einmal zusammentüdeln. Bitte. Läuft. Und jetzt einmal hier hoch. Hui. Schön durch den Krabbel, dass man so richtig schon eingesifft ist. Wir sind soweit. Dann mal los. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Alter. Was der für Spirenzchen macht, ey. Einmal hoch da. Oh. Na, du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Komm schon, jetzt übertreib dir. Ich halte alles unter Kontrolle. Aber wir müssen das Ding wieder losmachen, ne? Wie geht denn das? Ne, so nicht. Ja, super. Wow. Was machen wir denn da? Ich muss das Ding wieder losmachen können, irgendwie. Das ging doch vorher mit Kreis. Wom geht das jetzt? Ah, hier. Ja, loslassen, komm. So, jawohl. Jetzt wieder durch wie bei so einer Brücke, Alter. Okay, haltet euch gut fest. Oh. Ach, das war ja mal ein netter Tempo-Wechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Los, gehen wir rein. Wollen wir uns unseren Schatz, Jungs. Genau, Schatz ist gut. Wow. Sehr geil. Was haben wir denn hier? Sam, hilfst du mir mal? Ja. Und jetzt feste. Das sieht durchaus interessant aus. Und so staubig. Ah, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Was ist denn da? Oder? Hat da nicht eben was angezeigt? Ah, nee, das war so ein... Da haben wir was. Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja? Auf geht's. Ja, wie? Achso, wir müssen drücken. Ah, ja. Verdammt. Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Wir brauchen einen Vorschlaghammer. Haben wir hier irgendwo einen Vorschlaghammer? Da ist doch was. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Pulverfass. Läuft doch. R1 halten und dann... Wir können das doch auch sicherlich so abstellen. Ja, genau. Komm, wir nehmen zwei. Sicher ist sicher. Da wir ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Achtung! Sag doch, Achtung! So. Was sind wir denn hier? Ein Hebel. Beeilung, ihr zwei! Oh, Mensch. Sam, warte! So. Hmm.